Und jetzt das letzte Lied für uns, für heute, hier. Ja doch! Und dann müssen wir unbedingt nach der Grieche um zu essen. Sonst brennt das alles an, ne? Wie nennt man das auf Deutsch? In Holland sind wir auch anbrennen. Also immer Rudi Karel-Deutsch ist das auch anbrennen, ne? Söprennen! Söprennen? Keine Ahnung. Ok, Johnny, Papa Johnny! Papa Johnny kennt ihr? Papa Johnny! 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 Musik 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 Vielen Dank.